Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute und ja, es tut mir wirklich sehr leid Samstag ist schon vorbei, jetzt ist gerade Sonntag und deswegen kommt das Schlagzeugvideo ein bisschen später weil ich hab's komplett vergessen, ich bin ehrlich ich hab's einfach komplett vergessen das ist mir wirklich noch nie passiert aber Leute, das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen es tut mir wie gesagt leid ich hoffe ihr freut euch trotzdem jetzt auf das Schlagzeug-Solo am Sonntag und dann würde ich sagen, haut rein Leute und viel Spaß und dann würde ich jetzt auf jeden Fall und dann würde ich jetzt auf jeden Fall und dann würde ich jetzt auf jeden Fall Musik 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 Genau Leute, das war's dann vom Schlagzeug-Solo. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich das einfach vergessen habe, aber es kann ja mal passieren, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder im Livestream und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag gehabt und dann würde ich sagen, haut rein, Leute und bis zum nächsten Mal.